hallo und herzlich willkommen youtube bei mir eurem anti-guide wieder bei hexit mit dem quentin hallo wir gehen auf den server und hoffentlich haben wir diesmal keinen fehler aber ein community der communication er wieder mal juhu liebe das weiß nicht benutzen kann oder sowas in der art ein hier fünf fehler spaß ja es kann ja nicht sein schon merkwürdig wenn ein spiel immer crash wenn du was verzaubern ist ja ich verzaube dir auch den stab mal ja tu das in stadt derweil mal neu bin ich für meine fovy hat sich runter gesetzt aber ansonsten stimmt alles noch ich packst dir deinen einfach mal in die obere kiste du das gut hier herzlichen dank immer wieder gerne ich hätte vielleicht eher schwer verzaubern sollen naja egal genau exit starte meine map funktioniert dafür nicht ist auch nicht so schön ja aber besser als wenn ich verzaubern kannst naja gut da ist ungefähr beides gleich scheiße dort haben wir es wieder aufnahme so links und rechts oben und unten dann auf den server hallo auch wieder da so ja vielleicht bei mir ich habe eigentlich einen kleinen cut gesetzt sieht so aus so wie ich ich habe vorhin beim communication und cut gesetzt wer es noch nicht bemerkt hat so jetzt musst du mich dafür führen wo es ein turm gibt ja ich würde dann schon geholt ich nehme einfach den hier noch der ist noch voll genug wird einfach mal so ein bisschen hier in die richtung gehen weil da waren wir noch nicht also ich zumindest noch nicht die anderen vielleicht schon ja aber gut die waren auch bei vielen näheren sachen noch nicht also ich glaube das geht schon klar ich wollte hier nicht runterfallen aber hey hier ist ein schiff ja lass mal zum schiff gehen da war ich auch noch nicht drauf hier ist ein bisschen blut ich habe dich aussehen gehauen gerade ich war schon unten drin da war aluminium kupfer eisen gold und dias und kohle gut alles wenn wir irgendwann aufteilen hier ist noch ein turm hast du immer machen da da lass aber nicht direkt hoch fliegen alter der ne auch im eingang tableau fps leck 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 spinne kick mich gleich wieder raus ich nehme mal das leder und die pampkins mit da macht immer auch da ist was ich habe noch nicht reingeschockt was drin ist kannst du es ja jetzt vertraut oder mann jemand er damit ihre entweder irgendwann für goldene fede damit welchen hast du das spinn gift spinn sind so das nervigste ja aber das ist dein sort absorbiert das glaube ich irgendwie ne nein ich nehme die melo ok voll den schlicht ob ich nach unten gefallen warte ich komme gleich wieder lorne ist voll wichtig so was ist dann noch drin falls du einen eimer willst nimm mit warte ich esse schnell mal was einfach damit ich wieder reguliere oh nein 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 enchantete gift spinne enchantete gift spinne zum kotzen ich könnte kotzen oh eisen eisen ich habe eine eisen pickaxe da drin oh gott mach die doch mal weg ich will sie nicht schlagen sonst habe ich Angst dass ich dich schlagen würde ja ok ich gehe mal hoch und versuche mal da oben ein bisschen ich mach mal die zombies hinter dir weg action action hier spawner abbauen spawner abbauen oh Wartelhoff entscheiden Enderperlen sind wichtig Achtung Skelett hast du mitgenommen? ja gut oh gott oh die 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 gift spinnen sind alle auf dich getriggert das ist natürlich sehr angenehm das ist cool hoppala jetzt sind sie an mir was ist das Problem ähm vorher mal nach oben gucken nicht dass wir dann gleich schon beim Boss sind ja ja noch haben wir Zeit immer das Steak und das mit Waddle ich fülle mir mal gerade was in meinen Pfeifen mal rein äh in meinen Rucksack meine ich ich hab ein äh living metal shield bekommen mit dem entscheidenden ich nicht wollen so aber fick dich fick dich fick dich fick durch die letzte sind so das abartig nervig zu naja das nervigste eindeutig nicht aber sehr nervig giftspinnen sind auch noch mit nervige aber ja oh wichtig 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 alter bei mir ist mir gerade sogar noch was aus dem Inventar raus geklaut gut sorry was habe ich dir geklaut was willst du denn haben nein nein das ist mir egal ist der Anno ganz aus ich war halt gerade im Inventar und dann kommt das wieder raus wir können ja hinterher aufteilen dann einfach ganz am Ende ähm ne noch ist nicht raus nein ich will nicht runterfallen nicht runterschmeißen ich bin runtergefallen gut job war nicht viel wichtiges da drin ja ich hab vorher auch schon gelootet und war irgendwas irgendwie wichtiges drin ah essen essen waren mit drin ok und ein paar andere stuff erfahrungsfläschchen warte wollen wir uns die gerade reinziehen ne 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 dazu haben wir zu viele äh zu viele Level lasst die erst nach einem Schaden oder so oder wenn uns grad noch was ganz knapp fehlt dann ist das sinnvoll ok wir sind direkt vorm Boss das heißt die Kiste bitte nicht öffnen jo warte bis dein Ding färde äh dein dein Gift weg ist und frisst dich voll ja warte essen ok ich hab ein volles Inventar warte kurz ich leere schnell Sachen aus die ich nicht brauche das brauche ich eigentlich auch nicht scheiß auf die Schads scheiß da drauf hoppala da ist ein Skelett und hoch ja ok lass einfach hochgehen hoch boh ja wir wollen wir runter Nein! Es geht um die Falle oben. Die Tötungsse gibt uns nicht voller. Ich loote schnell hier. Hast du dir direkt erst mal das Schwert gesnackt? Das Schwert und die goldenen Äpfel logischerweise. Wichtig, wichtig, wichtig. Okay, lass abhauen. Habe ich noch die? Okay, nein, ich habe keine Eishose mehr an. Hey, wo bist du? Ich bin runter auf dem Weg runter. Ich könnte eigentlich auch aus dem Fenster hüpfen. Ich bin aus dem Fenster gehüpft. So. Gut, dann essen noch. Und dann bin ich jetzt eigentlich auch wieder draußen. Ich bin voll gefuttert. Halbe Leben verloren. Peace. Wollen wir wieder hier Richtung Norden zu mir? Ich würde lieber, ja genau, lieber zurück nach Hause mal schnell, damit ich schnell das ganze Zeug ablegen kann. Ich hätte Paper und Ender. Oder ich kann dir ein Backpack leihen, so ein Grauen, dann kannst du das alles ablagern da. Ja, aber lieber erst noch nach Hause und dann ein Backpack mitnehmen, weil dann können wir gleich mehrere Türme looten. Okay, oder das. Schön wäre natürlich gewesen, wenn wir jetzt direkt ein Backpack gefunden hätten. Ja, das wäre natürlich noch geiler gewesen. Oh. Ich glaube, ich habe mich hier ein bisschen verlaufen flogen. Oder einfach nur verflogen. Äh. Deine Minimap geht immer noch nicht, oder wie? Ne, leider nicht. Okay, weil sonst könntest du unser Dorf sogar sehen. Ja, ja. Mich noch irgendwo? Warte, ich flieg mal kurz hoch auf irgendeinen Bau. Ja, ich bin hier bei einer Slime-Insel. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwo bei uns in der Nähe. Ähm, guck mal nach Norden. Mach F3 und guck nach Norden. Norden nach Norden. Gucken kann ich mit der Minimap auch. So, oder so, ja. Wie gesagt, ich sehe nur schwarz. Ja, weil Norden und so bei mir nicht dran steht. Ah. Schön, ich habe hier einen Tauau, da sind Blazes. Uh, uh, uh. Hört sich nicht gut an. Ne, ich habe gerade auf Nachladen gedrückt, keine Ahnung warum, also R. Ich wollte nachladen. Hammer. Mein Zauberstab nachladen. Ja, ganz wichtig. Wie bei Daisy, ne? Immer schön die Axt nachladen. Klar. Bist du auf, dass ich halt Daisy nicht spiele? Ja, ich auch nicht. Ich habe das nur einmal oder so gespielt. Jetzt bin ich wieder bei diesem komischen Schiff, das wir ganz am Anfang genutzt haben. Äh. Dann musst du, warte mal, dann musst du nach Südosten. Ja, okay. Habs gefunden. Dann... Well, ich werde nicht. Halber Stab kaputt, aber... Echt? Hast du einen noch nicht verzaubert, oder wie? Doch, doch. Sonst wäre er jetzt schon lange im Arsch. Sonst wäre ich nicht mal bis hierher gekommen. Okay. So, äh... Erstmal ein bisschen das Zeug reinschmeißen. Ich mache mir mal eine Doppelkiste draus kurz. Du das. Ja, in der Zeit mal ein paar Backpacks. Ach, ich hätte mir einfach mit dem Spiegel nach Hause porten können. Da denke ich nur nie dran. Ja, du, aber ich ja nicht. Ja, klar. Jetzt habe ich immer ein paar OP-Äpfel. Das ist schon mal gut. Oh ja, die guten OP-Äpfel. Die sind wichtig. Ähm... Wobei, du hättest dich auch heim porten können. Ich mache mir jetzt mal zwei Scrolls of Escape. Ja, ich habe auch noch. Nein, mach nur einen, oder? Zu spät. Kannst du eine von mir haben. Zu spät. Oder so. Äh... Ich hätte da gern irgendwie Soul Tether noch drauf, aber ich glaube, das kann ich mir nicht mehr leisten. Doch! Damit habe ich jetzt Ender Giant Sword mit Soul Tether und Sharpness 5. Cool. Das ist wichtig. Ach so, ich wollte gerade schon verzaubern. Kannst du eventuell mal... Ach nein, ich kann ja... Ich habe ja meine Level, ich kann nicht für mich... Ach man. Ja, das ist... Kann ich mein Schwert nicht verzaubern? Das ist bitter. Kannst du gar nicht verzaubern oder nur die Stäbe nicht? Ich weiß nicht. Das letzte Mal, das ich probiert habe, ist abgestürzt. Also öffnen konnte ich. Soll ich es mal riskieren? Ja. Also öffnen ist schon mal kein Problem. Ich lege jetzt mal meinen Diamond Sword rein. Nein, es stürzt ab. Okay. Dann mache ich auch schnell einen Cut. Also bis gleich. Und weiter geht's. Ich habe ein Verbrechen begangen. Ich habe mir gerade ein Blue Backpack hergestellt. Oh! Verbot. Ganz genau. Und ich bin jetzt auch wieder da und ich hasse mein Leben. Du solltest übrigens... Ich weiß übrigens, wie du das eventuell beheben könntest. Ja, ich würde jetzt einfach an meiner Stelle so jetzt mal einfach Hexe neu installieren. Ja, genau. Ach so, okay. Das wäre auch meine erste Wahl gewesen. Ich dachte, du hättest einen besseren Tipp für mich. Ne. Kann ich eigentlich noch irgendwas draufpacken? So ein Looter... Soulstealer kann ich draufpacken, das ist aber für'n Arsch. Ich dachte gerade, der startet jetzt schon wieder neu, der... Das wäre auch lustig gewesen. Ich glaube, ich mache mir jetzt mal so eine Crystal Chest oder sowas. Ne, die sind für'n Arsch. Echt? Die Reinforced Chests sind voll für'n Arsch. Die kannst du nicht sortieren mit, äh... Nach dem... Ach, gibt's hier nicht diese... Gibt's hier nicht diese... Gibt's hier nicht diese... Kisten, diese... Nein, die guten gibt's nicht. Es gibt nur die Behinderten. Ah, okay. Und wieso sind die so schlecht? Also, sie sind... An sich... Cool, aber du kannst halt mit, äh... Info-Klicks nicht ordnen. Und das hasse ich. Ich hasse ungeordnete Kisten. Absolut. Hey, du... Du hast den Ender-Shield gekriegt. Ich meine vielleicht gleich mal ordnen. Was hab' ich? Du hast den Ender-Shield bekommen. Ja. Wenn du willst, können wir tauschen. Ne. Ender-Shield gegen Ender-Sword? Mein Ender-Sword ist ja schon verzaubert, nein. Ja, ich, äh... Ja, meine Sachen sind auch alle verzaubert. Natürlich. Logischerweise. Ne, äh... Hier. So, äh... Dann können wir jetzt eigentlich weiter. Ich hab' ja jetzt ein Backpack und ich hab' goldene Äpfel. Soll ich mir jetzt noch einfach schnell einen Spiegel machen? Wie du möchtest. Ja. Ich werd' auf jeden Fall beim nächsten Mal meinen Spiegel benutzen. Oder ich scroll auf Escape. Ender-Perlen hab' ich ja genug. Deswegen. Boah, das ist so nervig, dass ich jetzt meine Level nicht saven kann, ey. Ich mach' mal schnell einen, äh... Setz' den hier schnell und pack' ihn in mein Backpack. Weißt du, was jetzt chillig wär? Erzähl. Das Backpack mit Soul-Tether verzaubern. Ja, das ist geil. Das wär' ziemlich cool. So, okay. Äh, wollen wir los? Ja, warte. Sofort. Das hast du schlau gemacht. Wieso? Da rein zu hüpfen, mein' ich. Ach so, ja. Ich dachte, da rauszukommen wär' irgendwie besonders schlau, oder so. Nein. Was jetzt einfach so offen an sich ist, was wär's so gewollt. Warum sind wir hier auf dem Server ist schon, ist schon alles irgendwie zerstört und sowas. Richtig. Richtig. Okay, ja. Wo bist du jetzt hin? Ich bin nach Nord-Nord-West geflogen. Ich bin damit nämlich auch grad hin unterwegs. Wollen wir uns bei dem kleinen Schiff treffen? Ja, ich bin da in der Nähe auf einem Berg. Cool. Dann lass' irgendwie auf dem Segel treffen, oder du siehst mich auf dem Segel, oder so. Oh, ne. Hallo? Oder du siehst mich hier auf dem Berg. Was? Wo bist du? Ich seh' nur ein Pferd. Du bist ein Pferd geworden. Ja, ich bin ein Pferd. Also, ich seh' das Schiff von hier aus. Du hast nur noch sechs Leben. Von hier aus seh' ich das Schiff ziemlich gut. Ja, und ich bin jetzt oben auf dem Segel. Richtig seh' dich nicht auf dem Segel. Genau in der Mitte. Ja, dann komm mal her. Vielleicht meinen wir ein anderes Schiff jeder. Ah, doch da. Ich, äh... Wo bist du? Ich seh' dich immer noch nicht. Jetzt bin ich unten. Ach, da. Dann lass' mal weitergehen. Ne? Ja. Du sagst Stopp, sobald du irgendwo einen Turm siehst, ne? Ja, hier rechts. Oder ist das der, den wir eben gemacht haben? Der ist erstens links und das ist der, den wir gemacht haben. Ne, der ist nicht zusammengestellt. Der ist rechts und das ist der, den wir gemacht haben. Aber wenn du nach links kommst, ist einer, den wir noch nicht gemacht haben. Zumindest ist der noch nicht kaputt. Nach links? Ach, ich glaub' den hab' ich mal angefangen oder sowas. Der ist aber noch null gelootet. Möchte ich behaupten. Ah, okay. Dann lass' den machen. Ich hoffe, wir meinen denselben. Du meinst den vor der Bucht vom Schiff, ne? Nein. Nichts. Ah, jetzt hör' ich dich. Doch, wahrscheinlich meinst du den gleichen. Ja, ich seh' den Schadensindikator von dir. Okay. Okay, jetzt one-hitte ich Viecher. Du hast schon ohne mich mit dem Spaß angefangen. Ja, weil ich schon Viecher one-hitte mit dem Ender-Giant-Sword. Gut. Schapen ist fünf, also. Zumindest one-hitte ich sie fast. Oh, ich brauch' Lorne, ich brauch' Lorne. Lorne ist wichtig. Ich brauch' unbedingt den Rollrasen. Rollrasen ist das coolste. Hast du auch so'n Ender-Giant-Sword? Aua. Es bringt ne... Es... Es schützt dich nicht davor, durch die... Durch den Boden zu fallen. Wie wär's, wenn du anstatt die Kisten zu looten erstmal hier die ganzen, äh... Sachen abbaust? Ja... Ja, okay. Das wär' vielleicht besser. Alter, geh' auch nicht vor mich, wenn ich abbauen will! Junge. Das schreckt mich voll. Oh, ich hab' Essenzen und noch mehr Ender-Perlen. Du meinst, wir haben. Ja, genau, wir haben. Aua, hau' mich halt. Spaß nicht. Und spring vor allem direkt danach mal runter. Okay. Das könnte man jetzt als gewollt ansehen, oder auch nicht? Du hast auf jeden Fall direkt drauf geschaut, als du runter gesprungen bist. Ja, aber wir sagen, ich soll nicht... Ich soll erst abbauen, dann... Ja. Ich hab' meine Seite ja auch zuerst abgebaut. Okay, wir sind immer noch nicht beim Boss. Jetzt hab' ich's komplett abgebaut. Au! Na, Spaß, ey. Du musst mir echt mal ein bisschen was übrig lassen. Wir teilen doch hinterher eh gerecht auf. Also chill doch. Ja, das wird nachher sowieso sau schwer. Auch jetzt teilen. Na, egal. Ob, Enderman, ich hab'n angeschlagen. Er hat so'n Backpack. Oh. Ja, gut. Die Frage ist, wie man den Backpack kriegt. Ich schätz' mal, wenn wir ihn töten dann. Also das nächste Ender-Giants-Hort kannst auf jeden Fall gern du haben. Was? Oh, das war geschlaufen. Na, gut, schon. Oh, ich bin fast tot. Scheiße. Ich will nicht sterben. Ich bin runtergefallen. Alter! Hau mich halt. Komm mir doch nicht entgegen. Sorry. Aua. Ich will doch nicht sterben. Alter Scheiße. Den Turm haben wir ein bisschen verkackt, würde ich mal sagen. Ja. Okay. Ah, ich hab' keine Falle. Aber ich hab' mal kurz den Typen gekriegt. Okay, ich geh' hoch. Du machst die hier. Äh, die hier haben wir schon, aber egal. Und die ganz oben hat der Typ zerstört, deswegen. Nein, hat er nicht. Ich hab' sie gerade gelootet. Glück gehabt. Und was war drin? War irgendwas Gutes drin? Ja, irgendwelche Magical Essenzen und so'n Scheiß bei Diamanten und so. Richtig. Da bist du. Dann lass' mal weitergehen. So Fire Grenades und so in welche Richtung willst du weitergehen? Norden. Ne, halt, Norden ist Schwachsinn. Oder ist Norden... Norden ist Schwachsinn? Ne, Norden ist cool, aber Westen ist besser. Okay, bei Norden ist unser alter Turm, den ich gerade... den wir vorhin kaputt hatten. Ja, genau. Wenn du da bist, dann geh' einfach mal ein bisschen nach Westen. Treffen wir uns gleich. Ist bestimmt irgendwo was. Hast du die Insel hier? Ja. Ich seh' dich. Hi. Hi. Aber mein Zauberstab ist bald im Eimer. Ich muss erst mal hier gucken, was wir noch haben. Ich muss erst mal Sachen wegpacken. Ich auch. Ganz kurz zurück. Hier. Reinpacken. Chokopedia. Macht irgendjemand bei euch eigentlich Chokobos? Ähm... Ne, ich glaub' noch nicht, aber wir haben eh generell noch nicht so viel festgelegt oder aufgenommen und so. Ach so, okay. Dann einfach mal ein bisschen weiter. Ja, lass' nach Westen. Nordwesten. Okay. Hey, lass' hier ein Haus bauen, hier ist voll chillig. Wir können hier unsere geheime Basis aufbauen. Ja, wir haben nämlich... Dann Pink! Genau, wir sind jetzt Stadt Pink. Nein. Wir haben den Ort hier, können wir uns echt merken. Jo. Ich kann nur, wie gesagt, meine Map nicht verwenden. Äh, ich hab' den dann ja... Äh, da ist so eine Glibberinsel. Wollen wir da hoch? Da ist nie was. Wirklich von uns. Auf Glibberinsel ist nichts. Da ist immer noch nichts drauf. Oh, hier ist ein Schiff. Okay. Du meinst, dieses Komische? Wow. Ich mein' dieses winzig kleine... Dieses winzig-kleine, weil es mich tötet, weil ich Lecks hab? Oh, oder? Ich hab' 6 FPS. Ja, hatte' ich gerade auch harte Lecks. Jetzt geht's wieder. Hier ist eh nichts dolles drauf. Kannste knicken. So ein Sch.. Ja, lass' die Gegner mal töten hier. Ach, du bist auf einem ganz anderen Schiff als ich. Oh, okay. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Naja. Haben wir immerhin eine chillige Runde. Jeder von uns lootet über Dungeons, wer die meisten lootet, gewinnt. Oder so. Ja, total. Okay, jetzt ist es bei mir gerade ziemlich hart. Ich glaube, ich habe kein... Oh, ja, die Welt hat auch bei mir gerade aufgehört, sich zu generieren. Toll. Noch einen irgendeinen anderen Server. Ja, ich werde bei Zeit mal vorschlagen, ob wir den nicht auf meinen portieren können. Äh, wollen. Ja, aber lass dir was dafür geben. Was denn? Ihr dürft gerne alle mitzahlen, wenn ihr darauf Bock habt. Ich habe da kein Problem mit. Hey, hier wäre eine Dimension, soll ich mal durch das Dimensionstor gehen? Oh, warte mal. Ich glaube, ich sehe dein Schiff. Ja, ich bin aber schon lange wieder weg von dem Schiff. Ach so. Ich wäre hier bei einem Dimensionstor. Soll ich mal durchgehen? Kannst du machen. Ich meine, drinnen sterben und sein Zeug verlieren tut mir ja eh nicht. Ach, YOLO. So, den Typen mache ich jetzt weg. Anti-YOLO. Hipster. Anti-YOLO. Ich mache jetzt Hipster. Anti-YOLO, lass ich mir ein Copyright drauf machen, ne. Alter, das ist mein Spruch, da kannst du dir kein Copyright mehr drauf geben. Anti-YOLO, auch was, wenn ich Anti zuerst hatte. Du hattest Anti-Guide, ich habe Anti-YOLO. So, ich, äh, porte mich jetzt mal heim. Weil mein Zauberstab im Arsch ist. Wette, die Hälfte der Leute hat sich gerade überlegt, ob sie mal nach einem Zweitkanal der Anti-YOLO heißt sucht. Oder ob sie jetzt eine stellen. Oder das. So, ich bin zu Hause. Oh, ich habe gerade noch 5 Electric-Szenen gefunden, in diesem Schiff. War anscheinend doch nicht eins. Oh, Alter ist hier noch viel. Ich habe halt leider keinerlei Electric-Szenen. Noch zwei Backpacks, Dark-Szenen und Kekse. Das ist das Wichtigste. Läuft bei dir. Die zweite Kiste, nur noch 6 Kekse. Aber man kann nicht alles haben. Ja. Ja. Ich würde sagen, ich werde jetzt mal den Spiegel benutzen und nach Hause kommen. Du wirst erstmal eine Runde YOLO-MOLO machen. Oh. Ist das ein anderes Wort für 5 gegen Willi? Nein, eigentlich nicht. Nicht? Schade. Warum? Wolltest du jetzt gerne 5 gegen Willi spielen? Natürlich. So ich schon die ganze Zeit. So immer beim Zocken 5 gegen Willi spielen, oder? Ja. So. Ich bin mir nicht immer noch unschlüssig, ob ich... Ah, ich könnte mir jetzt eigentlich aus den Diamanten mal weiter eine Dia-Rüstung machen. Hab ja, ich habe jetzt einen Freezerite-Helm gefunden mit Atmung 3 und Wasser-Affinität 1. Voll für den Arsch. Alter, scheiße, oder? Oh, scheiße, ich bin behindert. Was hast du getan? Ich habe mir nur Dia-Hose gemacht, dabei habe ich doch... Ah, da kann ich sie aber dem netten Typen hier zurückgeben. Siehst du, ich bin anständig. Ja. Dann mache ich mal aus Versehen irgendeinen Bullshit und dann kann ich mich gleich revanchieren. So, erstmal Protection 4 auf meine Brustplatte und auf meinen Helm kann ich nur noch 3 draufpacken. Aber gut. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal eine gute Rüstung. Wir sind bei 26 Minuten. Wollen wir Schluss machen? Ja, ich räume noch kurz mein Inventar aus und dann können wir Schluss machen. Okay. Nein. Das Backpacker. Das zurück. Oh, ich habe auch übrigens ein zweites Bett für uns. Cool. Ja. Ach, chillig. Ach, zweit. Das nimmst du. Wollen wir gerade schlafen? Von mir aus. Dann nehme ich jetzt dein Bett hier. Okay. Dein altes. Gut. Dann schlafe ich neben meiner Kiste. Ah, ja. Ich und meine Kiste. Was bringt ein Flint hier? Ah, ja. Sharpening Kit. Destruction Catalyst. Okay. Sinn. Naja. Machen wir Schluss, oder? Ja, können wir machen. Gut. Dann würde ich sagen... Dann räume ich das noch offscreen rum. Oder so. Irgendwie sowas. Mal gucken. Wenn euch das Video nicht zur Art gelangweilt hat, lasst ein... Dä acquin. Mirinhos mit dem, der ist ein, das ist ein... Däание, der ist ein, das ist ein... Däuter. Der ist ein, das ist ein... Däuter. Dann würde ich das. Däuter. Da kann man jetzt...